Anleitung zum Heraustrennen des Notfallplans Sie benötigen einen mittelgroßen Hammer, ein Küchengerät Ihrer Wahl, und einen halben Liter Weihwasser, Sie dazu Kapitel Weihwasser. Dazu unbedingt sehr viel Ruhe und Geduld, und 24 Nägeln. Bewahren Sie die diversen Gegenstände voneinander getrennt gut wiederfindbar auf. Lesen Sie erneut die Anleitung und trinken von dem Weihwasser. Nun sind Sie bereit für die Aufgabe. Trennen Sie vorsichtig und mit Bedacht den Notfallplan aus der Mitte des Buchs, und folgen Sie den ersten Anweisungen. Schneiden Sie sich nicht an den Kanten, Sie sind extrem scharf und unbekömmlich. Vertrauen Sie auf Ihre Feinmotorik und seien Sie Mensch.